Was geht ab, Loco Club? Heute in großer Runde, wie ihr seht. Wir machen eine Woodwork Challenge mit zweier Teams. Wir sind das erste Team. Team und Schlagbach. Hummel und Loco, wir gewinnen das Ding. Wir sind Team Winner Winner Chicken Dinner. Wir sind Team Fußpilz. Road Kickers. Team Außenseiter, wir machen das auch so. Wir schaffen das. Mein Name ist Jeff. Kurz zur Erklärung, Woodwork Challenge. Jedes Team hat zwei Schüsse pro Durchgang. Man muss erst den linken Pfosten treffen, dann die Latte, dann den rechten Pfosten. Und es gibt eine Bestrafung für das Verlierer-Team. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Der macht sogar noch die Ansage, Alter! Stabil! Stabil! Bruder, ich lasse ein paar Taten sprechen. Das war richtig richtig gut. Jetzt Lukas, der Jod, der macht das wieder kaputt. Der Jod. Das war doch klar. Außenseite, weil die Pfosten ja außen sind, weißt du? Ja, Genie! Barisch magisch. Ja! Eieieie! Jetzt muss ich auch, wie der Holzi gerade, der erste Schuss trocken, linker Pfosten, damit du wirklich die Latte aufkommst. Von Longo Flonko! Schön! Oh, schade! Ja, ja, ja! Ah! 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 Fuck it! Okay! Oh mein Gott! Ah, schade! Ah! Ja! Jetzt können wir auf die Latte gehen, Freunde! Easy! Mit dem Latten-King im Team! Ja! Nope! Ah! Zeit für eine Latte, Freunde! Ja, der Fuß steht richtig für eine Latte! Pfff! Ein paar Sekunden später! Komm, Junge! Ein Latten-Schuss! Ja, ein Fuß gegen den Latte und zählt dann halt nicht! Mach einfach! Mach einfach! Oh! Okay, Freunde! Jetzt treffen wir hier den Pfosten für ein Team Außengeländer, unbesiegbar! Okay! Jetzt treffen wir den Pfosten, danach schlagen wir den Pfosten! Oh! Boah! Bist du schlecht, Hesel! Oh! Dritter Versuch! Die Erde! Jawoll! Ah, ganz krass! Vierter Tag! Oh! 20 Minuten später! Komm, wir müssen jetzt mal hier was leisten, Hesel! Komm! Ja, komm! Komm, wir mal! Ja! 3 Uhr 28 nachts! Du kannst nix! Nur im Tor kannst ein bisschen was! Oh, mein Gott! Oh! Oh! 12 Uhr Mitternachts! Yeah! Ja! Nice! Baaah! Danke, Bruder! Danke, danke! Einer der mich wenigstens schon freut! Ah, stabil, Junge! Das hat doch auch mal gemacht! Dritter Tag! Okay, jetzt schön rein, mach er! Ja, Klettern, die hat das alles! Rein? Dann hast du vier Aufgaben! Dann hast du vier Aufgaben! Dann hast du vier Aufgaben! Ja! Zu viel Effekt! Da hat der Lukas Auge gemacht, habt ihr das gehört? Ja! Ja! Haben wir mal! Ja! Oh mein Gott! Das ist er! Ah! Das ist doch mehr als Auge, Leute! Stop it! Get some help! Boah! Latte wieder aus! Ey, wechseln wir mal kurz kurz ziehen! Okay, ich benutze jetzt einfach Locos Latte als meine! Vielleicht zweite hätte ich aber egal! Viele Monate später! Jetzt wenn wir auf der Seite stehen, dann easy zu treffen! Easy! Ja! Ja! Endlich! 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 Ja, aber sie macht noch alle euren letzten Durchgang! Ja, komm! Ein und auf den Durchgang! Wir können theoretisch alle noch nachlegen, Freunde, aber es wird schwer! Es wird sehr, sehr schwierig! So viel später, dass es dem alten... Stop! Komm Junge! Passi! Oh! Der war dran! Ja! 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 Zwei fast identische Tore! Ja! Oh mein Gott! Mein Urschwein! Was ist das? Was ist das? Ja! So Freunde, weil das zu lange dauern würde, das auszuspielen, dürfen jetzt die Gewinner einen Verlierer für die Bestrafung ausbilden! Was ist das für die Bestrafung? Ich bin sofort wieder da! Wir haben weder Kosten noch Müllien geschaut und einen Eimer voll von Fidji Wasser gekauft! Fidji! Ja, das ist gut! Ihr stellt euch alle in der Reihe! Habt ihr alle Handys aus den Taschen? Nö! Okay! Ah! Oh! 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 So Freunde! Ich hoffe es hat euch gefallen! Ah! Schaltet beim nächsten Mal wieder ein! Checkt die ganzen Boys ab, die alle hier waren! Magisch, magisch! Das war's für heute! Haut rein! Ciao! 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 arg Punkt! Halbieren! C- Untertitelung des ZDF, 2020